Ich begrüße alle, die jetzt zuschauen. Ich bin Martin Auer von Science is for Future Österreich und ich spreche heute mit Franz Essel, Professor an der Universität Wien am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung. Er ist auch Mitglied der Leitung des österreichischen Biodiversitätspfades. Guten Tag, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich danke für die Einladung und auch einen schönen guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sprechen heute über den Welterschöpfungstag oder Earth Overshoot Day. Der fällt heuer auf den 22. August, das ist der Tag, an dem die Menschheit alle Ressourcen verbraucht hat, die der Planet in einem Jahr wiederherstellen kann. Für Österreich fällt der Erschöpfungstag schon auf den 7. April. Das heißt, wenn alle so viel verbrauchen würden wie Österreich, dann wäre das Budget schon an diesem Tag verbraucht. Lieber Professor Essel, wie behandeln wir unseren Planeten? Es gibt inzwischen mehr menschengemachte Dinge als Bionasse. Vor allem Beton und andere Baumaterialien, aber auch Metalle und Plastik. Was macht das mit dem Planeten? Und von allen Säugetieren sind nur 4% Wildtiere. Den Rest machen wir Menschen und unsere Nutztiere aus. Wie kann das weitergehen? Also die Zahlen, die Sie genannt haben, illustrieren vor allem eines, nämlich, dass das Ökosystem Erde, also die globale Biosphäre, geprägt ist mittlerweile sehr, sehr stark durch eine Art, die in dieser Biosphäre lebt, nämlich durch den Homo sapiens. Und das zeigt sich in unterschiedlichen Indikatoren. Sie haben einige angesprochen. Und das ist natürlich grundsätzlich, muss man mal bedenken, eine solche Dominanz einer Art geht natürlich auf Kosten anderer Arten. Letztlich insgesamt das Ökosystem Erde. Und wir sind natürlich auch dabei, ich glaube, das ist ja auch evident, da gibt es noch andere Zahlen, die das in der Gegenweise zeigen, die Grenzen, die dieses Ökosystem Erde hat, die durchaus breit gemessen sind. Und in diesen Grenzen hat sich auch die Evolution des Menschen abgespielt und auch der Aufbau unserer Kultur, unserer auch technischierten Kultur, erstmal zu sprengen. Was das genau bedeuten wird und welche Folgen es genau haben wird, ist im Detail vielleicht nicht ganz leicht vorhersagbar, was aber völlig klar ist. Und da gibt es auch keine wissenschaftliche Diskussion dazu. Also wir begeben uns damit auf einen natürlich sehr gefährlichen Entschließungspfad. Ja, wir überschreiten die Fragfähigkeit der Atmosphäre. Da geht es vor allem um die Emissionen, die wir in die Atmosphäre entladen, als letztliches Entlagerungsstätte. Die Atmosphäre benutzt mit der Treibhausgase primär. Da geht es auf der anderen Seite um die Nutzung bzw. Übernutzung der Ökosysteme der Erde. Zu Land und zu Wasser, ja, durch die Entnahme von, ja, von Nahrungsmitteln, jetzt aus dem Meer vor allem. Ja, massive Überfischung, sehr viele Fischbestände am Land geht es ganz stark darum, dass wir einfach sehr, sehr viel Fläche, zusehends mehr Fläche in Anspruch nehmen, um unsere Nahrungsmittel zu erzeugen bzw. um unsere Infrastruktur drauf zu stellen. Und das damit, das passiert auch mit einer immer größeren Intensität. Landnutzung heute und Infrastruktur heute ist etwas völlig anderes als Landnutzung und Infrastruktur auch noch vor 50 Jahren. Vor 100 oder 200 Jahren noch einmal ganz anders. Die Intensität dieser Nutzung hat sich auch sehr, sehr stark vergrößert. Alle dieser Phänomene zusammenführen zur Entwicklung, wie Sie gesagt haben, ja, also etwa die Anzahl der, oder das Gewicht, die Biomasse großer Säugetiere auf der Erde ist ganz stark geprägt durch uns selber, durch die Biomasse der Menschheit und durch unsere Nutztiere. Weit über 90 Prozent sind solche Tiere, wenn es um die Biomasse großer Säugetiere gibt. Und nur ein verschwindender Rest entspricht tatsächlich wild lebenden großen Säugetieren, Elefanten oder auch Rehen bei uns. Und das zeigt eben, wie stark wir Menschen die Biosphäre prägen. Wohin die Reise gehen wird, und das ist vielleicht der letzte Punkt in dieser Antwort, hängt aber nicht ganz stark davon ab, wie wir als Menschen uns mit wichtigen Entscheidungen in den nächsten Jahren verhalten. Und solche Entscheidungen, die in Richtung einer Nicht-Trend-Wende gehen müssen, und in einer nachhaltigeren, zukunftsfähigen Gesellschaft global, aber nicht ganz besonders auch in Österreich umsetzen. Und wir haben ja gesagt, der Welterschöpfungstag ist global im August, dramatisch genug. Wir kommen auch da mit der Reise nicht ein Jahr lang aus. In Österreich liegt der Anfang April. Warum ist das so? Warum sind wir so besonders schlecht? Kann man das sagen, was Österreich da unterscheidet von anderen Ländern? Dieser globale Fußabdruck, der auf Länderebene hier dargestellt wird und berechnet wird, speist sich ganz stark letztlich vom Ressourcenverbrauch der Bewohner, vom durchschnittlichen Ressourcenverbrauch der Bewohner und Bewohnerinnen eines Landes. Und Länder wie Österreich, aber auch andere hochindustrialisierte Länder mit einem entsprechend auch sehr hohen Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch und ökologischen Fußabdruck erreichen die oder überschreiten die Tragfähigkeit des Planeten viel früher als Länder oder Bevölkerungen in Ländern, die ökonomisch geringere Mittel zur Verfügung haben und daher auch durchschnittlichen geringeren Ressourcenverbrauch pro Kopf haben. Also das ist nicht ganz, ganz stark erkennbar. Und das ist ja auch eine der größten Schwierigkeiten, es zu schaffen, einerseits eine Gesellschaft zu bewahren oder aufzubauen, die globalen Ressourcenverbrauch pro Kopf fairer verteilt, gleichzeitig aber auch das Wohlbefinden in Ländern zu bewahren, in einer Transformation, die gleichzeitig den Fußabdruck, den ökologischen, diese Übernutzung verringert, letztlich mit einem Ziel, sie abzuschaffen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die auf Wirtschaftswachstum beruht. Kann man weiter wachsen und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch senken? Also ich bin kein Ökonom, ich bin Ökologe. Also ich kann jetzt keine ökonomisch, würde ich sagen, tiefgreifende Antwort hier geben. Was aber klar ist, und dazu gibt es ja auch eine Diskussion, auch eine, würde ich sagen, durchaus eine profunde Diskussion, wie genau diese, natürlich, Quadratur des Kreises zu schaffen ist, in einem Wirtschaftssystem, das tatsächlich auch auf Wachstum basiert oder beruht. Das ist eine Maxime, wie man das jetzt umlesen möchte. Das kann man auch diskutieren. Wie man eine solche, gleichzeitig in einer Welt zu leben, die natürlich an der Welt einen extrem hohen Ressourcenverbrauch hat, der aber auch zunehmend, sowieso grundsätzlich ungleich verteilt ist und auch innerhalb von Gesellschaften tendenziell ungleicher wird, in der Verteilung und in der Nutzung, wie man es schaffen kann, genau diese Entwicklungen so abzuändern, um zu einer Gesellschaft zu kommen, die auch der Beschränktheit, und die ist einfach unleugbar, dass man nicht in Erden Rechnung trägt. Und das ist klar natürlich, dass weiteres Wachstum, Material- und Energieverbrauch, eine solche Tragwege gesellschaftlich ermöglichen wird. Das heißt natürlich nicht, dass man von heute auf morgen den Wachstumspart verlassen wird können. Und auch sicher nicht in allen Bereichen wird es schon gar nicht können. Das ist klar. Aber man muss sich natürlich ganz klar diese Fragen stellen, weil es klar ist, ich sage die Prognosen dazu zum Beispiel, Wirtschaftswachstum, die in den letzten wenigen Jahrzehnten etwa, würde dazu führen, dass sich das globale Bruttoinlandsprodukt, also das Maßstab für ökonomische Aktivität, und häufig auch das Maßstab für Wohlstand von der Bevölkerung verwendet, im restlichen 21. Jahrhundert um ein Mehrfaches vermehren wird. Vier- oder fünffachen der Größenordnung mindestens. Vielleicht sogar mehr, wenn die hohen Wachstumsraten in einigen Schwellenländern, großen Schwellenländern lange anhalten würden. Und das ist klar, das wird auch mit einer gewissen Entkoppelung, die möglicherweise erreichbar ist in Bezug auf Energieverbrauch und Materialverbrauch, indem man sozusagen weniger Energie und Material verbraucht, um eine Werteinheit an Bruttoinlandsprodukten globalen zu schaffen, mit einem unglaublichen Anstieg an Ressourcenverbrauch verbunden zu sein. Und dieser Entwicklungspart ist längerfristig, etwa einige Jahrzehnte, das ist nicht realistisch. Es ist klar, das würde seinen Wälderschöpfungstag nicht im April in Österreich führen, sondern dann im Winter, vielleicht im Februar, und global nicht im August, sondern im Frühling. oder vor Frühling. Und das ist natürlich nicht möglich. Wie genau dieses Umsteuern erreicht werden kann, das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, die genaue Ansicht dazu kann Ihnen leider nicht geben. Aber ich glaube, man muss diese Frage stellen und auch ökonomische Modelle dafür entwicklen. Es gibt auch Diskussionen dazu, wie das gehen könnte. Unsere Wirtschaft beruht ja auf einer ständigen Steigerung der Produktivität. Das ist in den letzten 150 Jahren jedes Jahr 2% mehr geworden. Das heißt, jedes Jahr erzeugen wir in einer Arbeitsstunde 2% mehr Dinge, mehr Sachen. Wäre es nicht eigentlich Zeit, dass man sagt, okay, anstatt dass man mehr Dinge machen, dass man mehr Zeug produzieren, lassen wir es mal gut sein und arbeiten wir dafür weniger? Ja, das sind natürlich grundlegende Fragen, wie wir unser Wirtschaftssystem organisieren wollen, was gesellschaftliche Prioritäten da auch sind und sein können. Und das ist eine dieser Fragen natürlich. Das Ausmaß der Arbeit und auch letztlich der gesellschaftlichen Mechanismen oder Mechanismen, um Arbeit auch neu zu gestalten und auch Arbeitszeiten an neue Bedingungen anzupassen. Ohne mich jetzt da stark vertiefen zu wollen, was ich aber auf jeden Fall auch glaube, das wären jetzt noch ein paar unmittelbare Einsichten und aus meiner Sicht auch Handlungsnotwendigkeiten aus der vorhin diskutierten Situation. ist, dass es andere und neue Prioritäten braucht, die diese Entwicklungspfade, die wir kurz angerissen haben und die zu dieser Situation geführt haben, ändern und die wichtigen Beiträge dann liefern können. Es gibt natürlich globale Ebenen und natürlich auch nationale Handlungsebenen. Jetzt geben wir vielleicht ein paar nationale ein. Klar ist, dass Ressourcen- und Energieverbrauch die tendenziell steuerlich relativ günstig sind. Die viele der externen Kosten einfach nicht widerspiegeln. Den tatsächlichen Folgekosten Rechnung tragen müssen, auch in ihren Marktpreis. Und wenn es keinen Marktpreis dafür gibt, keinen angemessenen, dann muss es durch entsprechende Eingriffe staatlicherseits dazu führen, dass es hier Rahmenbedingungen gibt, die dazu führen, dass die Preisgestaltung auch tatsächlich die externen Kosten widerspiegelt. Das geht konkret von CO2- oder Freiburgas-Preise. Letztlich einmal ökosoziale Steuerreformen. Das ist auch ein Programmpunkt im Regierungsprogramm der heutigen österreichischen Bundesregierung. Und hier geht es ganz klar darum, innerhalb eines überschaubaren, also fünf bis zehn Jahre würde man sagen, Zeitraums zu einem Preis im Energieverbrauch zu kommen, vor allem Treibhausgasemissionen, der den tatsächlichen Vollkosten Rechnung kriegt. Das hat massive Auswirkungen. Andere wichtige Stellschrauben sind etwa in der Landnutzung. Das schlägt auch die Brücke zur Biodiversität, die in einer ähnlichen Weise auch in Österreich erodiert und auch global, wie wir gleichzeitig parallel dazu Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre immer mehr entlassen, nämlich zu einer Landnutzung, die auch tatsächlich eine angemessene und klimaresiliente Landnutzung angemessen abgibt. Einerseits den Landnutzern gegenüber, also von den Landwirten und Forstwirten in Österreich. Das heißt, auch höhere Preise letztlich muss man sich auch klar sein als Konsument. Man muss natürlich auch bereit sein, auch persönliche Schritte zu setzen. Und Preise, das wird auch letztlich teilweise höhere Preise für Konsumenten nach sich bringen. Wobei ich dazu sagen möchte, dass wir in der Nahrungsmittelproduktion damit zu tun, oder eine Situation haben, wo über Jahrzehnte die Preise sehr, sehr stark gefallen sind, relativ zu anderen Gütern. Das ist ja Wahnsinn. Ocht Euro für ein Kilo Schweinefleisch. Also das wird ja unter unmenschlichen Bedingungen erzeugt, beziehungsweise unter absolut nicht tierfeindlichen Bedingungen. Natürlich würden das Primat von möglichst billigen Nahrungsmitteln dazu, dass andere, auch relevante, und sie haben es angesprochen, Rahmenbedingungen, die für den Tierwohl, aber eben letztlich auch Diversität, aber auch die Zukunft der Bauern weltweit, aber auch in Österreich, bleiben natürlich auf der Strecke. Wenn natürlich solche Preisgestaltung dazu führt, dass die Einheiten, die überbleiben, immer größer sein müssen, immer effizienter, immer auch technisierter arbeiten müssen, um letztlich auch als Betrieb überleben zu können. Es gibt auch andere Hinklungsmöglichkeiten wie Spezialisierung und Biolandwirtschaft. Da gibt es in Österreich auch tatsächlich einen erheblichen Anteil der Bauern, die sich dafür entschieden haben. Aber es ist klar, die generelle Landwirtschaftspolitik muss hinterfragt und angepasst werden an diese Ziele. Bedeutet aber auch, faire Preise für die Landwirte, für sehr erzeugte Güter, also Produkte. Bedeutet aber auch, dass die Landwirte auf der anderen Seite tatsächlich auch für diese Preisgestaltung in einer Allianz, letztlich auch mit Klimaaktivisten oder auch mit Naturschützern, die häufig an starken Stellenwert auf eine angemessene Landnutzung legen, Allianzen suchen müssen von beiden Seiten, um tatsächlich letztlich stark überlappende Ziele aus meiner Sicht auch politisch durchzusetzen. Und der Punkt mit den Konsumenten von mir war, jeder Konsument kann auch heute schon Schritte dazu setzen, weil es gibt solche Produktionsweisen, auch heute natürlich. Aber jetzt ist es einfach so, dass sich manche Leute kein Problem haben, nur Bio-Produkte zu kaufen, nur Bio-Fleisch zu kaufen. Für andere Leute ist es schwieriger. Und wenn man sich also die Regale in den Supermärkten ansieht, das Bio macht halt immer noch so einen kleinen Anteil aus. Und für die meisten Leute ist einfach der Preis wirklich ein Problem. Also müsste man hier, so ähnlich wie das bei der Ökosteuer, also wenn CO2-Bepreisung angedacht ist, auch für einen sozialen Ausgleich sorgen? Also wie gesagt, ich bin ja kein Ökonom, daher passe ich vor allem Wissen zusammen, das ich nicht aus dem Studium kenne, aber ich kann jetzt keine tiefgreifende sozioökonomische, gesamte wirtschaftliche Analyse liefern zu Österreich. Dennoch ist es klar, und dazu gibt es ja Berechnungen, dass eine solche Transformation, die Ressourcen- und Energieverbrauch besteuert, eine ökosoziale Steuerreform grundsätzlich, beziehungsweise auch in anderen wichtigen Bereichen, eben in der Landnutzung, Maßnahmen setzt, die in diese Richtung gehen, die wir diskutieren, nämlich weg vom Ressourcenverbrauch und Physiitätsvernichtung, dass das viele Möglichkeiten bietet, genau dieses Argument zu kontakurieren, das sie bringen. Denn der Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch, nachdem der sehr stark an Einkommen letztlich und Wohlstand gekoppelt ist, ist beim obersten Prozent oder Promille oder auch dem Prozent der Bevölkerung jedes Landes, auch in Österreich, viel, viel höher, als bei den unteren 50%. Und jede Steuerreform, die Energie verteuert und zwar deutlich verteuert, generiert natürlich sehr, sehr starke Einnahmen, die neu verwendet werden können und auch sollen, vom Staat, direkt oder indirekt. Da gibt es viele Möglichkeiten, das kann zum Beispiel pro Kopf jedem Österreicher oder jeder Österreicherin rückvergütet werden, in einem gleichmäßig hohen Betrag, der sich eben rechnerisch aus den Einnahmen ergibt. Und das ist ganz klar, das zeigen alle Berechnungen, das führt dazu, dass die unteren 50% mehr zurückbekommen, als sie zahlen. Klar ist natürlich, ja, Änderungen gesellschaftlicher wird es auch nur geben, wenn es zu gewissen Änderungen führt. Nicht jede liebgewordene oder selbstverständlich manchmal sogar heute wahrgenommene Option, wie wir heute leben, wird in einigen Jahrzehnten noch existieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, weil wir die Gesellschaft in einer Weise weiter vorangetrieben haben, wie bisher, so dass es letztlich irgendwann auch zu katastrophalen, sozioökonomischen Gesellschaften zwischen gesellschaftlichen Zusammenbrüchen kommen wird, oder, das ist ja nicht das Katastrophen-Szenario, aber das ist das Szenario beim Business as usual, oder, weil es uns tatsächlich gelungen ist, umzusteuern. Das bedeutet aber eben auch umsteuern, dass nicht alles, was heute geht, auch in Zukunft genauso weiter hingehen wird. Das ist ein Faktum. Da bedanke ich mich jetzt mal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns wertvolle Hinweise, wertvolle Informationen gegeben haben. Und ja, wir werden uns anstrengen müssen. Ja. 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 Ja,